Ich meine, wenn du öfters gewinnst, weil du dich halt gut absprichst, dann hast du auch mehr Spaß. Genau. Wir gehen mal nicht davon aus, dass sie über die Ridge pushen, oder? In der Regel nicht. Nein. Also B3, B4? Hm? Also, die Lights können sich immer sammeln. Action, loaded und der Mann. Ja, ich bleib mit dem Kid Fox bei den Dicken, wie gesagt. Nee, da ist noch ein Atlas dabei, DDC. Da brauchst du dabei bleiben. Ich hab schon die Gruppen eingeteilt, eben. Ich weiß ja nicht, ob da jemand schon Erfahrung hat. Macht es Sinn, primär den Atlas zu beschützen? Nein. Da schießt eh jeder drauf und inzwischen ist der Diable ja mehr das Fokus. Lass mal noch ein bisschen langsam, bevor du komplett alleine davor wirst. Wir laufen ein Stück weiter rechts, würde ich sagen. Am Wasser. Mein Gedanken, Jan, war, ob Nidaia, Wolf oder Atlas, da der sowieso primär target ist. Darf ich einen Vorschlag machen? Ja, mach doch. B4 ist eine, beziehungsweise nicht B4, B3 ist eine sehr gute Position. Ja, würde ich sagen, dass sich da die meisten sammeln und ein oder zwei Novas, die bleiben ein bisschen zurück, falls die doch wirklich hinten drüber pushen. Ich hänge in der Brücke. Und der Rest, die Alphaland, so läuft man rechts. Ja, guck mal, dass sie nach Möglichkeit im ECM bleibt. Genau, und um meinen Satz zu Ende zu bringen, äh, den Atlas beschützen war jetzt nicht im Sinne von, dass der unbedingt überleben muss, sondern, äh, alles, was auf dich schießt, was den Atlas beschießt, umso länger lebt der. Und das ist dann, äh, ergänzt sich, sag mal so. Jetzt blüht der Satz, aber ihr konntet jetzt nicht die Schnelle besser erklären. Naja, aber, ja. Wie der Atlas angegriffen, Fokus war ja auf den Angriff. Ich glaub, die pushen hinten drüber, kann das sein? Ich hatte, äh, irgendjemand hatte mich ganz kurz aufgeschaltet, ich hab das Geräusch von meinem Radar Deporation gehört. Bleiben die Novas ein bisschen hinten, ja. Ein Raven, C5. Sammelt euch, los, weiter. Ja, ähm, action, bleib du bei uns, bleib du bei uns erstmal. Wir sind ja acht Stück da hinten, wir gucken mal, ob wir von vorne vielleicht noch einen erwischen. Das ist sauber, also, die sind alle über die Ridge, so wie's aussieht. Ja, ich sehe einen Stalker, der geht gerade zuletzt über die Ridge. Alles klar, dann, ähm. Gehen wir Parkhaus unten rein. Wir bleiben hier im Stadtkampf, ich glaube, da haben wir die höchste Chance. Oder eher B4, B3, dass wir eine längere Strecke haben, wo sie auf uns zukommen müssen. Ja. Auf jeden Fall den Tunnel fernbleiben, weil wir sind zu viele. Wahrscheinlich mehr Richtung Wasser. Ich bleib mal hier oben und guck mal rüber, was auf die zurückkommt. Hä? Wo hänge ich den schon wieder? Achso, geht's ja an ihren... Ich dachte, hier ist eine Straße, scheiße. Geht schon wieder los, ey. Draußen tut die Ideen und dann haubert es an der Umsetzung, verdammte Scheiße. Wie peinlich. Also ich stelle mich hier in eine Ecke von A4, A3 hin, dann habe ich das Wasser mit im Blick und kann man da LMS noch loswerden. Ja, da hinten kommt gerade nichts mehr, dass die nur angetrischt haben, oder? Da ist doch schon einer. Da ist der Hagen, der Raven. Lassen kommen. Ich habe die Hauptstraße, B4 im Blick und LMS kommen hinten schon. Habt ihr die Straßen, wo die hochkommen im Blick? Also B4. B4, Hauptstraße habe ich im Blick, nur den Tunnel nicht. Ich auch. Können die Leits über A4, A5 da hinten langlaufen? Dann sammeln wir uns bei A4, laufen von A5 auf dem Weg A6 da hinten rum und beschießen die von der Seite. Da wird keine mehr Kuddel im Blick, ne? Ja, ich muss mal kurz Positionen wechseln. Ich habe gerade gemerkt, die Seite B4 rechts lang, steht komplett und nicht schützt. Oh. Entschuldigung. So, jetzt passt es. Ich würde wirklich ins Wasserrunde. Raven. Ja, wir laufen komplett links hinten in die Hinterstadt und probieren uns von hinten ein bisschen aufzuschießen. Bleib im ECM, sonst sehen die, dass hier kommt. Die Raven müsst ihr euch schon entdeckt haben. Du warst bei B4, Strich zu B5. So, der nächste Kontakt, Viktor. Der läuft genau auf uns zu. Ja, der kommt auf uns zu. Der nächste Kontakt, Nummer 3. Weiter laufen. Weiter laufen. Okay, B5. Ziel, 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 auf Kretterpult. Ja. Okay, jetzt habt ihr geschossen, jetzt müssen wir schießen. Ziel, aufpassen. Du glaubst, du meinst, 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 du meinst. Ja, scheiße, dann sind wir weg. Oh, ist da voll. Läuft die Sau zurück. Ja, wir müssen, wir müssen zurück. Na, ganz hinten schaffen wir das nicht. Das ist zu viel. Scheiße, ihr steht alle noch vorne. Ich wollte jetzt gerade vorrennen und ein UAV rennen, äh, nicht ein UAV, ein A2 rennen setzen. Tobi, kommst du weg? Ja, ja, ich bin schon weg. Dann warte ich noch. Oh, Airstrike reingesetzt. Sehr gut. Einmal über den Viktor gebrezelt. Achtung, C. Sorry, Schatz. Hauptstraße. Scheiße, meine Tastatur buggt. So, Leitlanze, wollen wir rum über B5 hinten rum hitten? Ja, ich würde es nochmal vorpushen. So, denn, na, nach der Stelle. Hauptstraße liegt unter Feuer. Haben die hier in die UAV gesetzt oder konnten die euch sehen? Die konnten uns sehen. Ja, glaube ich, ja. Also B4, die Hauptstraße liegt so vorne. Der Viktor kommt ins Wasser. Viktor noch was ins Wasser. Nicht nur Viktor, auch der Hacken. Und Sender ist schon auf. Linke der Arm ist da. Einkreisen. Schießt sie zusammen. LMS gehen runter auf B. Ich bin auf dem Viktor. Viktor, Rücken auf den. Und down. Madcat, Ludwig. Madcat im Wasser. Vorsicht, ich hoffe, ich kann einen guten Dings setzen. So, alle ECM ist weg. Oh, diese Dreckplaner-LMs, ne? Ich gehe auf das Katapult mit meinen LMs. Vorsicht, Artikel. Alles, kurz abkühlen. Ich gehe auf J, den Stalker. Hugg'n. So, Wasser ist sauber. Nein, der Stalker hat auch gerade ab. Die UAVs sind weg. Nächstes UAV kommt jetzt. Zweck, E4, LS down. J, Wieso? J, W4 war ein Ping. Ich gehe an die Front. Panzerung noch intakt. Ja, ich komme auch rein. Die zwei Arme. Ich glaube, ich komme mal ein bisschen hoch. Hier geht gerade ein Strike. Also, er ist ein, so, Eck. E. E. Saugut. Ja, ich habe meinen Arm abgeschossen. Oh, shit. Mecha, ich gehe da rein, ich schieße. Oh, Hauptstraße. Einer ist tot, hier ist noch einer. Jungs 8-2, es läuft gut. Komm um die Ecke. Schnapp' dir mal den hinter mir, ich nehme den Stalker. Ja, Kid Fox, Habeck. Kid Fox, CWI. Ich mache J platt. Timbal's down. Ja, gut. Kid Fox auch down. Jawoll, geil. Ja, cool gelaufen. Jo. Woll. Geht doch. Ja, da sind sie schön in die Falle gelaufen. Was so ein bisschen Disziplin doch alles bringt, ne? Jo. War fast nichts getroffen, ey.